Peace, Schlingel, und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Kappe von mir. Da das letzte Video so gut ankam mit euren landwirtschaftlichen Bildern oder allgemein euren Fahrzeugbildern, machen wir das Ganze heute nochmal. Ich habe euch aufgerufen, mir Bilder zukommen lassen von euren Fahrzeugen. Diese E-Mail-Adresse ist immer offen, also ihr könnt da immer wieder Bilder hinschicken, damit wir dieses Format weiterführen können. Wir schnacken nicht lange und gehen sofort rein in eurem. So, die letzten Bilder sind lange, 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 lange her und schauen wir mal, was wir hier zu bieten haben. Bäm, schöner IHC. Ich glaube, den haben wir letztes Mal auch schon mal gesehen. Wenn ich mich nicht recht erinnere, glaube ich, war der auch schon dabei. Deshalb, was soll ich dazu sagen, geiler IHC. Bis zum bisschen Holzfahren kann man sich mal so ein Ding zulegen. Grüße gehen raus an dich. So, der Kollege hat mir gleich mehrere zukommen lassen. Und, ja, geil! Da muss ich mal sagen, hier, schöne Flotte. Äh, J, äh, wie, wie spricht man das eigentlich aus? J, ist J, C, B, Digga? Oh mein Gott! Schön, äh, bisschen Mulde fahren, ne? Habe ich noch nie gemacht, leider. Ist wahrscheinlich spaßig. Aber sieht schön aus, ne? Hinten, äh, schöne Dreiachsel noch am Start. Sehr geil. Ähm, so, du hast mir direkt mehrere zugeschickt. Schauen wir mal, was du noch so am Start hast. Jawohl, Digga, kleine Flotte hier unterwegs, ne? Warum nicht? Ich glaube, ich muss den Kollegen da doch nochmal anschreiben, der mir die ersten Bilder von der Kiste geschickt hat. Äh, Probefahrte? Wie wär's? Aber gut, so, was hast du mir noch geschickt hier, meine, meinen Jungen? Ui, 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 ah, das muss ich auch sagen, alter, Unimox finde ich auch sowas von geil, wenn man dafür nicht einen, äh, wie heißt's, einen LKW-Führerschein bräuchte. Ich glaube, für die Älteren, für manche brauchst du die nicht. Für die, äh, Unimox brauchst du einen LKW-Führerschein und, ach, ich würde mir so ein Ding aus Spaß einfach holen, wenn ich Geld hätte, ne? Das ist auch noch so ein, noch so ein Faktor. Aber ich mach mir doch jetzt nicht einen LKW-Führerschein, nur um die Kiste private bisschen zu fahren, alter. Ach, aber sehr geil, das Blöde ist, mit, äh, so einem Anhänger hier, Traubenwagen, Maischewagen, darfst du ja nur 25 kmh fahren, ne? Und ich weiß, du hältst dich dran, ist ja klar. So, und noch eins von dem Kollegen, seid mir nicht böse, wenn ich nicht auf all eure Bilder eingehe, aber wenn, wenn es sich anbietet, dann mach ich das, aber wenn ihr jetzt 50 Bilder schickt, dann geh ich natürlich nicht auf jedes Bild von euch ein. So, wie man hier sieht, schön in der Traubenernte, ne? Äh, schöne Braut, oben noch ein Entrapper drauf. Ihr wisst, für was ein Entrapper ist, schreibt es mir in die Kommentare, sonst, äh, bin ich böse auf euch. Ja, nice, alter. Es ist, es ist, es ist einfach ein schönes Bild. Guck, der Traktor geht nicht mal komplett drauf auf die Linse. Ist ein bisschen verschwommen, ne? An der Kameraführung kannst du noch ein bisschen arbeiten. Aber ist ja alles gut, ne? Jeder Anfang ist schwer. So, dann haben wir hier den nächsten Kandidaten. Ach, Digga, jetzt muss ich hier anfangen, hier die Bilder zu drehen, Junge. Also, das bitte, äh, korrigieren, ja? Ich hab hier nicht den ganzen Tag Zeit. Also, was haben wir denn hier? 300er? Ähm, da muss ich leider sagen, äh, ist wahrscheinlich schön zu fahren, ne? Aber die 300er, ich, ich versteh mir auch, ich versteh auch nicht, was, was, was Fendt sich da gedacht hat. Weißt du, die Designer sitzen da im Büro, machen so so runde Licht, Lichtchen da vorne rein und sagen so, Leute, das ist es. Sieht gut aus. Geben wir weiter an die Produktion. Das ist doch nicht schön, die zwei Lichtchen da, Digga. Also, genauso wie bei dem ganz, ganz neuen, äh, Fendt 200. Warte mal, ich, äh, guck mal gerade, ob ich hier ein neues Bild hab von dem. Der ganz neue 200er Fendt. Gab es jetzt jetzt eine Premiere? Hat die jemand von euch gesehen, eigentlich? So, hier haben wir das. Habe ich jetzt gerade mal schnell irgendwo aus dem Internet gezogen. Ähm, also, das ist der neue 200er Fendt. So, äh, sieht geil aus. Geiles Ding. Also, der, der obere Part hier von der Haube sieht wirklich geil aus. Finde ich geil. Und dann das. Digga, was ist das? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ist das eine Ameise, oder warum hat er so... Ach, Leute, das ist doch nicht... Rückentwicklung, Alter, was ist das? Ansonsten ist der geil, ja, aber was sollen die kleinen Klubschaugen da vorne? So, der nächste, wundert euch nicht, wenn die so ganz komische Bezeichnungen haben. Manchmal muss ich die aus meiner E-Mail so rausspeichern und dann muss ich den Namen eingeben, aber ich denke mir jetzt keinen schönen Namen dafür aus. Ja, der hat es auch noch nicht hingekriegt hier mit dem Bilder drehen. Bruder, warum hast du denn einen Laubschneider mit einer Sehmaschine kombiniert? Und mit einer Dings noch? Digga, das ist ja Konzentration auf einem ganz anderen Niveau. Wobei, wenn du einmal, wenn du einmal ja drin bist beim Laubschneider, dann ist ja was hinten dran läuft, ist ja eigentlich scheißegal, ne? Aber habe ich so noch nie gesehen, die Kombination. Kannst dir mal einen Kommentar da lassen, ob du wirklich so fährst, oder ob das jetzt nur Zufall war, dass das gerade so dran gewesen ist und keine Ahnung. Aber natürlich schön, Fan, ne? Kann man sich nicht beklagen. Hier nochmal einen auf Lohner mit dicken LEDs dran gemacht. Digga, der hat ja... Der hat ja da unten... LEDs nochmal und nochmal und... Ah, Digga, man kann nie genug LEDs haben, ne? Ach, da hockt ja noch einer drauf, Digga, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ehi, gut, der versteckelt sich da drin. Aber gut, schönes Bildchen. Hier fällt mir. So, muss man jetzt auch hier anfangen zu drehen, Junge. Ah, Feini, Feini, eine Braut 2720, Digga. Was soll ich dazu sagen, ne? Heutzutage ist man froh, wenn man den Schrott los ist, ne? Für ein bisschen Traube abzukloppen langt das natürlich. Das ist jetzt ein parkendes Gerät. Was soll ich da sagen? Nächstes Mal bitte in Action. Und dann kann ich da ein bisschen mehr zu sagen, weil das ist ja keine fotografische Meisterleistung, die du da abgeliefert hast. Ich würde sagen, die besten Zeiten hat sie hinter sich, ne? Nächster. Alter. Alter. Alter, mal ein dicker 900er hier am Start, sag mal, Alter. Ist nicht schlecht, du. Was ist denn das da? Was hast du denn da geschafft, mein Junge? Was ist denn das hier? Alter Vater, ey. Richtig fettes Gerät, Junge. Das ist echt ne geile Kiste. Die Geschlappen, Alter. Geil. Der ist echt geil. Wobei ich die Fan-Favoriten auch geil finde. Der sieht ein bisschen abgelutscht aus, aber die sind eigentlich auch geil. Bin ich aber auch noch nie gefahren. Muss ja nicht alles fahren, sonst hat man ja gar keine Zeit mehr für irgendwas. Aber schönes Bild, ey. Das ist echt ein lecker Kerlchen hier. Sieht gut aus, ey. Größe gehen. Aus. So, und jetzt mal was ganz anderes, mein Junge. Bruder. Du, der Fokus, der sitzt da aber auch nicht so, ne. Das ist dir auf dem Dich aufgefallen, ne. Aber, ähm, schöner Beamer. Frisch poliert. Schöner Filter drüber hier setzt, ne. Mal so gemacht, als würde man hier Business, Business am Handy chillen. Schönes Ding, muss ich sagen, ne. Schönen Sound hat er auch. Haben wir jetzt hier nicht gesehen, aber habe ich gehört von Freunden. Das ist, äh, das Gute. Ist Gute. Da fährt der Drogendealer. Der Drogendealer fährt wieder durch die Stadt. So, den nächsten Kandidat haben wir hier mit einem Tausender-Fan-Tier. Und, äh, das gibt's ja wohl nicht. So, äh, wer, wer ist denn das hier? Kennt man den? Fleischmann? Habe ich nur, warte mal, wo kommt der her? Wahrscheinlich ein Lohner, kann das sein, oder? Bist du Lohnunternehmer hier? Oder bist du bei einem Lohnunternehmer tätig? Sieht so aus. Aber, alter Vater, habe ich leider auch noch nicht live gesehen, Tausender. Aber, boah, den finde ich auch schon geil. Ich bräuchte, äh, übrigens bald demnächst eventuell so ein Tausender-Fan oder vielleicht so ein Neunhunderter, am besten in schwarz noch, falls, ne, Sonderwünsche. Bräuchte ich eventuell für ein kleines Videodreh. Also, äh, meldet euch bei mir, wenn ihr aus der Umgebung seid, Mainz, Umgebung, so, diese Ecke da, ne, dann, ähm, meldet euch und wir machen was aus. Ich brauche für Videopremiere. Aber, alter Schwede, geiles Ding, macht bestimmt Spaß, auf der Straße damit rumzufetzen und schön die kleinen Autos auf die Seite zu drücken. Ne, aber echt, alter, geiles Ding, alter. Da bin ich richtig dabei, ey, oh, und ich liebe es ja, wenn die, von Trelleborg finde ich die Reife richtig geil. Es gibt so manche Reifen, die sehen einfach nicht schön aus, ne, aber bei Trelleborg, weil die hier so kantig sind, irgendwie, irgendwie ist es geil. Oder wenn noch, ich glaube Pirelli, oder kann das sein? Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, die Kiste ist geil. So, dann hat der Herr hier noch was geschickt. Ja, den einen oder anderen Vollernter hat er hinten auch noch stehen. Also, so wie es aussieht, denke ich mal, ne, Lohnunternehmer, oder? Würde ich mal so sagen. Was ich immer geil finde, wenn man mehrere Maschinen hat und die alle so aneinandergereiht stehen, das finde ich das Beste, was es gibt. Jetzt, wenn es nur zwei Maschinen sind, die gleich sind, es sieht einfach geil aus. Wenn die jetzt so alle in der Reihe stehen würden, nächstes Mal beim Bild machen, ne, feste den hier noch rein und dann ist das perfekt, das Bild. Aber, alter Schwede, schon geil, alter, was da an Geld steht, ne? Die Bauern, ach, die haben ja so viel Geld und beschweren sich dann noch über die Preise, ne? Ja, 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 ja. So, und jetzt, Leute, haben wir das allererste Video, was mir zugeschickt wurde. Sonst immer, also habe ich ja meistens Bilder, aber ich habe euch ja gesagt, schickt mir einfach alles zu. Ihr könnt auch ruhig Videos zuschicken, gar kein Problem. Ist natürlich auch mal geil, mal ein Video zu sehen. Und ich würde sagen, legen wir mal los. Okay, wartet mal. Moment, ich muss die Kopfhörer aufziehen, sonst hört ihr das ja alles doppelt. Gar nichts mehr angeschlossen hier, noch lange nichts mehr bewegt hier an dem PC. So, also, wo sind wir hier stehen geblieben? Moment, ich muss gerade mal den Sound hier wieder umschalten. So, und jetzt können wir uns das Ganze geben. Jetzt hau mal das Ding raus. Hau mal das Ding raus. So, jetzt gib mal Feuer mit dem Esel. Was soll denn das, Digga? Digga, ihr seid ja geil unterwegs, ey, aber das habe ich früher auch immer gemacht. Manchmal, ich hatte ganz früher eine 125er Aprilia und die musste ich auch das ein oder andere Mal komplett zerlegen und dann hat sich natürlich das mal angeboten, mal ohne Auspuff zu fahren, ne, hat dann die ganze Nachbarschaft mitbekommen, aber der Spaß muss sein, Alter. Du wieder einfach dagegen kippst. So geil, das liebe ich ja, Digga. Das ist richtig Dorfleben. Ich liebe es. Ich würde nie, never in die Stadt ziehen oder so. Da könntest du so Faxen nicht machen. Es ist einfach geil. Wenn du einen Hof hast und eine Scheune hinten, wo du allen möglichen Scheiß reinstecken kannst, Digga, es gibt nichts Besseres. Wenn mich Leute von außerhalb sehen, so jetzt, sage ich mal, die würden denken, ey, was ist das für ein Stadtkind und so, ne? Aber ich liebe es einfach so Hof mäßig und du hast da Maschinen und alles stehen. Es ist einfach geil, Alter. Das ist einfach Hammer. Ähm, mal gucken, ob wir jetzt noch welche haben. Digga, wir haben noch sau viele, Mann. Nicht, dass das Video wieder so lang wird. Die schicken aber auch wie die Weltmeister hier. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, Alter, ich bin froh, wenn ich überhaupt was bekomme, aber die Leute, ihr schickt Bilder. Das ist nicht mehr normal, Alter. Als gäbe es kein Morgen mehr. So. Was haben wir hier? Ui. Wer war denn das? Warte mal. Das war der, der Daniel. Der Daniel. Grüße gehen raus. Ist das eine SB64? Was hat der denn für ein, was hat denn der für ein Dach? Digga, ist das Racing, äh, Racing-Lackierung oder was? Aber schönes Ding, ey. Einfach mal, einfach mal abgekuppelt stehen gelassen, das Ding. Richtig schönes Geschöpf. Machen wir mal direkt weiter. Wir haben ja mehrere von den Kollegen. Oh, das bin ich. Also, so, was gibt es noch von dem Daniel? Ah, clever mitgedacht. Alter, da sieht man die Generation, Mann. Guckt euch das an. Hier der, der Alte, der, der Mittelalte und der Wario. Gut, der ist jetzt mittlerweile auch schon alt. Ne, habt ihr in neun Jahren gesehen. Aber das ist aber schön, ey. Das finde ich geil. Sauber Sache. Mal von jedem einen abgestaubt. Wunderbar, schön. Hier, das hier. Nochmal. Digga, hier, die JCB-Leute hier. Die Fast Truck-Leute. Die, Digga. Ja, Digga. Alter, Falter. De Willi. Guck mal, nee, oder? De Willi, ich weiß es nicht. Ah, doch, ja, Willi. De Willi, weil ja. Alter. Digga, Digga, Digga. Das habe ich gemeint. Wenn zwei Stück nehmen, ach, Digga. Ein Traum. Das ist einfach ein Traum. Das ist, das ist einfach geil. Muss man langsam neuen Reifen so legen, mein Junge. Aber sonst, Alter, Falter. Siehst du auch wieder in Trelleborg. Die sind geil, die Reifen. Die sehen optisch halt auch einfach geil aus. Die rasieren die Reifen, Digga. Geile Kiste, Junge. Das will, Alter, das ist auch geil, Mann. Dicker Fendt. Ach, die Reifen von Fendt, die sind einfach so, die sind einfach geil. Ich liebe fette Reifen, Mann. Ich liebe es einfach. Wer liebt nicht fette Reifen, der kann sich bitte jetzt aus diesem Video entfernen. Sieht richtig geil aus. Gut für so eine Arbeit brauchst du wahrscheinlich auch einen ordentlichen Stand. Auch geil mit so einem, ähm, wie nennt man die? Grabenmulcher? Grabenmulcher? Warte, Böschungsmulcher! Ah, Mann, Mensch, mir entfleucht mal wieder alles hier. Der Abend gestern, da war anscheinend nicht, äh, wahrscheinlich zu hart. So ein Ding kannst du immer mal gebrauchen. Wenn du irgendwo Gestrüpp hast, Alter, rasierst du zweimal drüber mit dem Ding, wo du nicht gut hinkommst. Oder wo du ansonsten dich mit so einem Sichel-Ding da, mit so einem Handding abquillen musst. Äh, saugut, Mann. Also so ein Ding könnte ich auch noch bei mir im Garten gebrauchen, sowas. So, und, äh, noch was von dem Kollegen. Wieder ein lecker Unimog. Die, ähm, muss ich leider sagen, boah, Digga, Alter, der hat ja mal ordentlich hier was, äh, Masseauflage hat. Da kannst du ja richtig was mit wegschippern. Geil. Gut, die ganz alten Unimogs, die gefallen mir jetzt nicht so, also wegen der runden Haube und so. Aber den würd ich auch nehmen. Also so ist es jetzt nicht, ne? Gut, ich denk mal, ich seh's gerade, Weinberge und so. Ich denk mal, du hast bewässert vielleicht, ne? War ja dieses Jahr auch ordentlich nötig. Wir haben nix bewässert, weil es ist halt auch, wie man sieht, du brauchst da großes Gefährt dafür und da musst du die ganze Zeit pendeln, Digga, hin und her. Weil hier geht's um ordentlich Wassermassen, wenn's um Bewässern geht bei Weinbergen oder allgemein in der Landwirtschaft. Da geht's nicht um, ja, machst du mal hier 50 Liter da und so, ne? Da geht's hier um 50.000, Alter. Also, deshalb musst du da ordentlich was bewegen können. Und das kann der Kollege hier, so wie's aussieht. Hinten, das find ich halt geil beim Unimog, dass du hinten immer was zum Laden hast, so, ne? Nur diese runde Haube und so, diese älteren Unimogs gefallen mir nicht so. Ich kann euch mal zeigen, was für Unimogs ich richtig geil finde. Professionell aus dem Internet herauskopiert. So, diese hier, eckige Haube vorne, ja, fette Reifen, alter Vater. Das ist auch so, gut, die Lackierung ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber ich find den so geil. Guck doch mal, Digga, das ist einfach ein Biest. Das ist ein Biest. Den find ich geil. Und damit beenden wir jetzt das Video. Also, es freut mich, wie krass ihr mir Bilder zuschickt. Also, es freut mich echt megamäßig, wie dieses Format abgeht. Also, es ist einfach nur schön. Es ist ein Zusammenhalt zwischen mir und den Zuschauern. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, ich schau mir eure Videos an. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Macht's gut, haut rein, schönes Wochenende noch. Und tschau, tschau. Keb gibt's auf anniluft.de. Tschau.